Ich habe jetzt gerade eben erstmal offscreen die neuen Waffen ausgerüstet und die ganzen Sachen allgemein. Hab gespeichert und mir ist nämlich noch was eingefallen. Ich habe aber wieder leere Discs, die ich benutzen kann. Zumindest benutzen können sollte. Glaube ich. Kann ich sogar. Finde ich gut. Data-Type, das ist natürlich... Fangen wir mal sowas rein. So ein paar haben wir ja noch, ne. Aber ich glaube, eine behalte ich mal übrig Jetzt kann ich nämlich den entsprechend auch Ausrüsten Kriegen die nämlich jetzt auch mal was zu tragen Du kriegst Die Floppy Und du kriegst die Kassette 2 Oh, die Klaue sieht ja jetzt richtig cool aus Das sieht bei ihr eher unverändert aus, finde ich Expired Liquid Ja, das Die Flüssigkeit da drin sieht anders aus Aber wenn ich das mal angucke, das sieht richtig cool aus Ah ja, was ich gucken wollte Okay Das ist cool So, was wollte ich jetzt? Ah ja, Shop Genau, ich wollte nochmal nachshoppen Hab ja kaum noch Items, wirklich Ich kann mir aber auch kaum was leisten Ich sollte wirklich mal anfangen, Sachen zu verticken Ich weiß nicht, ob ich die hier mal brauchen kann Deswegen Das Wo habe ich denn das her? Kann auf jeden Fall keiner wirklich was mit anfangen Die brauche ich nicht mehr Das ist das Problem Ich traue mich bei denen mal nicht die zu verkaufen Weil ich habe immer Angst, dass ich die irgendwann brauche Na gut Müssen wir halt so irgendwie klarkommen Was sind das denn jetzt schon wieder? Tetris Blöcke Tetris Die kostet Tetris So, was ich jetzt mal machen möchte Jetzt will mal wissen, wie Noir kämpft Oh Sie hat automatisch so eine Waffe Sie ist gleich mal schlecht Nice Ich bin schon gerade mal überlegen, ob ich eine Wama eine Zeit lang jetzt einfach an die Front packen soll Ernsthaft Ne Mario Ja Warum Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt Ach scheiße, ich glaube ich habe noch was vergessen Ich habe mir gerade Schiss, dass ich einfach mal vergessen habe Neue Quests abzuholen Ich gehe dann nochmal zurück und gucke nach So Sicher ist sicher Nämlich keine Lust, dass ich hier nachher nochmal hingehe Und dann auf einmal wieder 10.000 Quests vorhanden sind Das wäre nicht so cool Ich weiß ja nicht, ob in der Zeit jetzt nochmal neue Sachen dazugekommen sind in der Gilde Aber ich glaube Ja, natürlich Ja, das war so klar Dass in der Zeit wieder neue Quests dazugekommen sind Und ich sehe ja irgendwo auch nicht ein, dass mir jetzt diese zwei Sachen da noch fehlen Ich weiß ja genau, was ich dafür brauche Sekunde Das kriegen wir auch ziemlich schnell hin Der eine müsste ja gleich hier vorne sein Sofern der das droppt, was ich brauche Sofern dieser dumme Oh, aber hier haben wir sogar tatsächlich das, was ich brauche Eine PS4 und ein hässlicher Vogel Ja, white, black and something blue Na shit Dem habe ich jetzt natürlich nicht den Schnabel abgerissen Ding Lass mich mal in Ruhe hier Nein Du Nervbacke So Schaden Und jetzt geht rauf Power Stone Das ist auch irgendwo eine Anspielung wahrscheinlich Wenn es das anspielen soll, was ich glaube, dass es tut Power Stone Power Stone Wo ist noch so ein Vogel? Ne, mit dem möchte ich mich nie nochmal anlegen, bitte Der hat mir das eine Mal schon genug, you know Außer mich braucht wahrscheinlich sowieso noch Ja, eine PS4 brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal Ich mag das alte Schwert lieber irgendwie Ah ja, Tech Support Raise the Allies Tech Okay Ich wusste aber nochmal irgendwas Du hattest nichts, genau Was war denn das jetzt? Mach nochmal so ein dumm Vogel, der ich den Schnabel abreißen kann Hier, komm, was First Aid Kit Ah, das ist ein Gruppenheil Das wollte ich nicht, shit Aber gut Das ist Gruppenheilung jetzt Ist zwar nicht so stark, aber immerhin Geh mir nicht auf den Keks, Mann Da ist noch so ein Vogel Komm her, du Grillhähnchen So, und ne PS4 Ich nenn die weiter in PS4 Da kommt ihr nicht drum herum Verklag mich doch So, na Cat Punch Combo Ach, god damn shit Was war das jetzt? Hier, Tatsache Cat Punch Oh, sehr gut Ich muss aber mal gucken Ich krieg das da meistens gar nicht mit Ob die da irgendwas Neues haben Oh, sie kann das ja kaum benutzen Das ist ja Alter, das ist ja schon Level 2 Sie hat auch noch nichts Neues, leider Hm, okay Hi, Großer Mit dir möchte ich mich nicht anlegen, ne Hast du ein Hühnchen gesehen? Ne, natürlich nicht So Ich klaue denen allen ihre Krönchen Aber suche ich eigentlich nur so ein fettes Hühnchen Habt ihr ein fettes Hühnchen gesehen? Ich muss ihm doch nur den Schnabel abreißen, mehr nicht Vollkommen normal Haha Was versagt Hm, immer noch nicht Hast du ein Hühnchen gesehen? Natürlich nicht Aber gut Ich nehm das einfach mal hin Ich nehm das als Erfahrung an Als ob die mir immer so Die tun ja immer mehr wirklich weh So Ah, jetzt gehen die Finisher wieder los Alles weggenommen Meins Hm Das ist problematisch Ist das eine Hühnchen respawn? Ja Hi Das sieht echt aus wie eine PS4 in blau Lila, was auch immer Die PS4 kaputt gemacht Äh Large Peak Yes Sehr gut Jetzt können wir hier auch raus Mehr brauchen wir ja hier nicht Mehr brauchen wir hier nicht Wir haben alles, was wir brauchen So Die können wir dann einmal schnell abgeben Äh, wo sind sie denn jetzt? Oh, Geld Geld, Geld Und noch mehr Geld Ist echt so wichtig, dass wir die Quests machen Ich brauche Geld So dringend einfach So Das wird doch gleich mal ausgegeben Für Heil Items So Sicher ist sicher Wie viele Okay, da habe ich noch einen oder so Geld ist hier tatsächlich wichtig Und das finde ich gut Weil es ist selten in Spielen Dass Geld tatsächlich immer wichtig ist So Jetzt können wir auch hier weiter machen Endlich Ah ne Vergessen, vergessen, vergessen Speichern, speichern, speichern Fire, fire, fire So Ich vergesse in diesem Spiel Wahrscheinlich ohnehin an dauernd Sachen Jetzt geht hier langsam bei uns wieder die Zeit los Wo es einfach nur warm wird Und jetzt gerade Ich sitze hier gerade und mir ist einfach warm Leider Das ist so unglaublich warm hier einfach Ich habe hier gerade auch Deswegen habe ich immer noch den Ventilator an Weil mir ist einfach warm Mir ist einfach nur Man fühlt sich dann auch so scheiße irgendwie Das ist ja das Schlimme Es ist ja nicht so, dass ich Also ich will ja wirklich aufnehmen Nur das Problem ist, das ist so Wenn es so warm ist, dann denkst du dir Die Röhre hat mich angegriffen Das ist so doof Ich werde einfach von der Röhre angegriffen Weil sie auch unbedingt noch einen Level abbraucht Ja Was fliegt da denn rum Was ist das Wo bin ich hier, was Das ist sehr merkwürdig hier Es ist auf jeden Fall feuerresistent Und hat mich mit einer Textanzeige gehauen Das Spiel ist sehr plötzlich sehr merkwürdig geworden Möchte ich nur mal so gesagt haben Halt die Bräsche, Mann So Oh, eine Earthpipe Die brauche ich War das schon Event? Ernsthaft? Schon? Schon wieder? Nee, nicht noch was Krieg ich beide? Nee Leider nicht Ach, ernsthaft? Schaden geht dir noch Die Röhre rastet im Grunde mehr aus Was zur Hölle Hör auf, hör auf Ihr blöden Blöden Scheißdinger Bei euch hackt's doch Oh Gott, ey Seid ihr irgendwie scheiße? Jetzt reicht's mir Blöde Mistdinger Bei euch hackt's doch Oh Gott Was war das denn gerade auf einmal? Das Ding ist ja mal einfach nur eskaliert Ich könnte es auch ganz einfach machen Ich könnte auch Noir als Lieder machen, aber Klingt ja nicht so viel Ein großes Ein großes Ein großes Monster Mehr müssen wir nicht wissen Mehr müssen wir nicht wissen Mehr 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 Neijis 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 Ja Aargendwo Ja Neijis Fh Omae anno toki mo so iittetna Neppu Aare? Neppu Neppu Ja to shiri aihni aeta des yo Kommt aus einer Dimension Äh, Kompa, ich weiß, wie es dir geht. Dokp-e? Dokp-e? KOMPA,知ってる? 初めて聞く名前です。 Nepnepは知ってますか? 全然知らないよ。 ノワールは。 Doc P. Was soll das denn sein? Oh mein Gott. Dr. Pepper Anspielung. Ich hab die dritte Mauer gerade erst aufgebaut. Oh mein Gott. Sie sucht Dr. Pepper. Für diejenigen, die nicht wissen, was Dr. Pepper ist, nennen wir es eine amerikanische Cola-Sorte. Und manche mögen sie und manche mögen sie nicht. Ich mag sie zum Beispiel manchmal. Ah, so war es. Sie schmeckt halt nicht wie Cola an sich. Sie sind anders. Was? Ich mag sie Ich mag ihr Design Unglaublich gern Also von Mages Sie ist vor allem Sie sucht nach fucking Dr. Pepper Jetzt mal ganz ernsthaft Dr. fucking Pepper Shit Gott und da noch so viele Stellt euch schön zusammen Schön auf einen Fleck Find ich gut Resist my ass Shit Die Axe ist noch nicht voll Okay Bam Was brauchen wir eigentlich alles Sollte man gleich echt mal gucken Was wir jetzt so an An Plänen auch Da habe ich jetzt auch schon lange Nehmen wir reingeguckt Eject Button Da haben wir nicht genug für Und dafür fehlen uns Magische Fragmente und Wolfsfell Outfits herstellen Das finde ich cool Das muss ich auch mal Irgendwann machen Oh Mann Oh Mann Alter Bis die mal so losrennen müssen dann Ach du Scheiße Das ist so merkwürdig Perfekt Und den einer hat es einfach gegrillt Obwohl es Gar nicht aussah Aber Schaden nimmt Ja Jetzt machen wir Schaden Ja Shit Jetzt machen wir Schaden Wunderbar Man merkt echt Dass sie einen Bonus Bonus Erfahrung kriegt Support Mega Daltor Und Wind Alter sie ist Bei ihr kann ich glaube ich Echt super auf Dings Auf magische Fähigkeiten verlassen Ey die hat so viel Ne Und ich kann es mir einfach nicht leisten Weißt du was Ich nehme jetzt Ich nehme jetzt das hier raus Da habe ich nämlich genug Und dann kann ich Boom It's cold Dann habe ich nämlich Schöne Magie Combo mit ihr Das ist glaube ich Gar nicht mal so schlecht Bis wir dann halt mal Irgendwann genug haben Wobei Den ersten Breaker Können wir eigentlich auch rausnehmen Weil ich den eh nie benutze Ne Quatsch Den zweiten Breaker Benutze ich nie Dann habe ich auch nämlich Nochmal ein bisschen was frei Aber Nicht so viel Aber es reicht dafür Warte Was hatte ich jetzt noch Das habe ich alles Das habe ich auch Warte mal Bei wem war das jetzt Ich bin echt so Ich bin manchmal echt so dumm Stimmt Thunder Edge habe ich ja jetzt auch Auf dem Kasten Das zum Beispiel Kann ich rausnehmen Und dafür Das reinnehmen Weil dann mache ich das ja eh Immer nur so Ähm Irgendwer hatte doch noch Was gelernt Ah hier stimmt I make you smarter Ach was Ich mache dich schlauer Allein schon Allein schon Aha War schon mal eine Sache Vom Haken Stimmt das wollte ich als nächstes Gucken Wie sieht es mit den Quests Eigentlich aus Wir müssen den Phönix Platt machen Oh da winkt eine Menge Schotter Das haben wir Wolfsfell brauchen wir Okay Das sieht nicht so krass aus Das müssen wir alles irgendwo finden Das wird noch ein Spaß Und Hi Hi Das ist ein Safe Point Wie schön So Diese komischen Bilder Sind sehr merkwürdig Möchte ich nur mal so betonen Gut dass er mich nicht vermerkt hat Ach du Scheiße Das sind ein paar viele Besser ist mal den einen rausholen Es hat sich einfach mal zusammen Zusammen gefaltet Okay Aua Könnt ihr mal auch so random Schaden zu machen Das ist wirklich mega uncool Das kostet mich alles Geld Oh Mann oh Mann Das ist echt praktisch Hör auf damit So das machen wir gleich nochmal Komper hat auch Unglaublich viel An SP Scheiße Evi war nicht mit drin So jetzt läuft das doch alles Zack Geht doch Oh shit Da hinten ist der Phönix Das ist ein episches Monster auch noch War ja klar Und dahinter direkt das Event Ach du heilige Scheiße Damit möchte ich mich jetzt eigentlich nicht mehr anlegen Zumindest jetzt gerade nicht Aber in der nächsten Folge Von der Thread Hyper Dimension Und ich werde sowieso jetzt Mir wird hier zu warm Bis zum nächsten Mal See you later Mäh Das ist ja Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal